Wir verlosen jetzt diese beiden Nerf Blaster an einen von euch. Einmal den Nerf Ultraspeed und einmal den Nerf Motorblitz. Und alles was ihr davon tun müsst, ist jetzt hier unten euren Lieblingsblaster einzutragen. Entweder Ultraspeed oder Motorblitz. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren. Wenn ihr nicht 18 seid, fragt eure Eltern, schreibt einfach jetzt euren Lieblingsblaster hier rein und dann kriegt einer von euch diese zwei kleinen Blaster.